Arthur Söderstedt sieht, wie sich ein asiatisch aussehender Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter der Absperrung hindurch schiebt und losrennt. Auf ihn zu. Beinahe hat er ihn erreicht, als Arthur Söderstedt begreift, dass er kein anonymer Beobachter mehr ist. Schrecken erfasst ihn, ein kurzer Augenblick des Entsetzens, den er später ein um das andere Mal analysieren wird. Eine Furcht vor dem Fremden, vor Selbstmordattentätern, vor Asiaten. Eine Furcht, die seiner Person nicht angemessen ist. Aber das Gefühl hält nur einen flüchtigen Moment an. Dann hört er ein Geräusch, ein Motorengeräusch. Die nachfolgenden Ereignisse sind für ihn alle tonlos. Als das grafitgraue Auto dem Chinesen die Beine bricht, dringt kein Geräusch in sein Bewusstsein. Auch der nachfolgende, fast senkrechte Flug durch die Luft ist lautlos. Nicht einmal, als der Körper hart auf dem Asphalt aufschlägt, hört Arthur Söderstedt einen einzigen Laut. Dann kommen alle Geräusche auf einmal. Das Quietschen der Bremsen, der Knall der Kollision, der Aufprall des Körpers auf dem Asphalt, die entsetzten Schreie der Aktivisten und sogar die unkontrollierten Ausrufe des Fahrers hinter der Scheibe des grafitgrauen Wagens. Söderstedt identifiziert den Wagen als Zivilstreife, während er dem Bereitschaftspolizisten seine Papiere aus der Hand reißt und unerwartet geschmeidig im Schersprung die Absperrung überwindet. Er geht neben dem Chinesen in die Hocke, traut sich jedoch nicht, ihn zu berühren. Zu seiner Linken sieht er, wie zwei Männer in feinen Anzügen zögernd aus dem grafitgrauen Wagen steigen. Rechts von ihm hat auf der anderen Straßenseite in einiger Entfernung ein weiteres Auto angehalten und dass herum ein gewisser Tumult entstanden ist. Er beugt sich hinunter zu dem Sterbenden. Wie ein heißer Geisier speien seine röchelnden Atemzüge Blut in Söderstedts Ohr. Dennoch weicht er nicht zurück. Dieser Mann will ihm etwas mitteilen. Jetzt noch. Söderstedt zittert und lauscht. Er hört eine Anzahl merkwürdiger Silben hervorsprudeln. Er schaut dem Mann in die Augen, als er stirbt. Er sieht, dass der Chinese in der Gewissheit stirbt, der Auserwählte habe seine Worte gehört.